Der Weg zur Mine So, moi Leute, also heute wieder zurück bei Crysis Teil 1. Der Weg zur Mine ist geschafft. Und jetzt begeben wir uns hinterher im Untergrund weiter. Hoffen wir, dass das Spiel heute so bleibt. Also nicht abstürzt, sondern konstant durchzieht. Hier müsste eigentlich der aktuelle Spielstand sein. Die Kamera war etwas verrutscht. So, besser. Starke KVH-Aktivitäten am Eingang der Mine. Wir sollten warten, bis die Verstärkung eintrifft. Over. S36 Ladung abgesetzt. Kreise ich jetzt über dem Zielgebiet over. Ich brauche Sie an vorderster Front. Dringen Sie in die Mine ein und bitten Sie General Kjong. Meine Jungs regeln das Geländer. Sobald Sie die Geisel gefunden haben, lasse ich Sie ausfliegen. Donne cliché. Wo neue Etene sind? Oh. Äh... Ja... Sie sind eine Ein-Mann-Armee, Nomad, aber ab jetzt übernehmen wir. Viel Glück, Sir. Scheiße, was zum Teufel war das? Was wollte ich Sie auch gerade fragen? Irgendwas ist da gerade aus dem Pfälzen gekommen. Die Koryaner ziehen sich zurück. Das ist ihre Chance, Nomad. Durchbrechen Sie Ihre Verteidigung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Autos. Tschüss. Oh. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Oh, fuck. Ach. Tarnfeld. Ja. Ja. Ach. 1 Tarnfeld aktiviert. Oh, oh. Energie kritisch. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Oh, verdammt. Ich wusste es. Wie kann das sein? Oh, oh. So. Tarnfeld aktiviert. Komm nicht verheben, oder? Oh. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Du wirst dir wünschen, toll zu sein. 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 Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Du wirst dir wünschen, toll zu sein. 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 Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Schwer, fährst du mir jetzt platt? Dann mach ich dich platt. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Die haben mir jetzt geplättet einmal. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. So ein Scheiß auf. Mann. Oh nein. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Eine começou. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld mindestens. Verstanden. Jaaa. Oh Scheiße No, I didn't miss this Tantik aktiviert. Maximale Stärke. Tantik aktiviert. Nomad, hier ist Varsher 15. Sind im Anflug. Wir unterstützen sie auf der Luft, Nomad. Tantik aktiviert. Komplikiert. Komplikiert. Bleiben Sie wo Sie sind, Rob. Wir setzen am Länderentgang Verstärkung ab. Tantik aktivieren. So, das dürfen alle gewesen sein jetzt. Mal gucken, komm ich jetzt rein da? Ja. Strictland, ich bin jetzt in der Mine. Tarnfeld aktiviert. Gut, suchen Sie jetzt die Geisel. Uns läuft die Zeit davon. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Was ist die Pistole mit Schrotflinte? Was ist die Pistole? Okay, voll. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. So, weg ist er. Paint! Jetzt muss ich hier mal erstmal nachladen. Verarsche. Einfach verarscht ist sowas. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Dann muss ich jetzt wieder mit dem Gaußen her töten, oder? Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Ensaß. Paar aus Ihr Videosignal, gehen Sie auf Nachtsicht! Geht das schon mal so? Tarnfeld aktiviert. Oh! Oh! Ah! Tarnfeld aktiviert. Kostkörer mit einem Minigun. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Stärke. yklle quiere! Hallo? Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld am gameset. Sollte ich ja hier irgendwen finden oder so, aber... Ich glaube, das wird eher weniger der Fall sein. Sollte ich ja hier. 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 Was soll das? Was ist das? Na los, hoch mit ihm! Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Was reden Sie da? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Die Möglichkeiten sind endlos. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Aber das werde ich nicht zulassen. Verdammt, wir verlieren Energie! Spannung stabilisieren! Spannung stabilisieren! Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Was haben Sie getan? Ruhe! Alpha Team, bereit machen! Gleich werden Sie Zeugen einer Verstiegung der Welt. Los! Sprengen! Sprengen Sie uns zertrinden! Leute! Was ist denn schon wie sie geschehen? Es wird die größte Stunde noch teuer! Maximal stärker! Ich halte ihn auf! Ich halte ihn auf! Ich halte ihn hier! Hierher! Kommen Sie! Hey! Ja, ja, ich beeile mich schon. Kommen Sie! Ich kenne einen Ausgang! Gleich stürzt hier alles ein! Miss Rosenthal, wir müssen hier raus! Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben! Kommen Sie! Wer sind Sie? You all special forces! Mein Vater! Er war in der Ausgrabungsstätte! Er hat es nicht geschafft! Tut mir leid! Das hatte ich befürchtet. Wir sitzen in der Falle! Gibt es noch einen Ausgang? Nein! Ich glaube nicht! Ich bin hier mit Helena Rosenthal! Er bitte Evakuierung! Können Sie in der Höhle landen? Mann, Nomad, Sie haben Ihre Nerven! Okay, bleiben Sie wo Sie sind! Willkommen runter! Es öffnet sich! Wir können nicht weiter runter, Norman! Die Höhle stürzt ein! Kommen Sie bis an die Kante! Sie werden springen müssen! Springen Sie, Lady! Ich fange Sie auf! Okay! Festhalten! Nomad, der ganze verdammte Berg stürzt ein! Wir können Sie da nicht mehr rausholen! Sie können ihn nicht einfach hier lassen! Wir haben sein Signal! Nomad, finden Sie einen anderen Ausgang! Dann sammeln wir Sie ein! Ja, natürlich! Na toll! Nomad, nicht! Nomad! So, wieder ein Sturz überlebt! So, wieder ein Sturz überlebt! Wir schicken ein paar Leute, die Sie da rausholen! Das könnte Stunden dauern! Ich versuche mich durch die Höhle durchzuschlagen! Wie Sie meinen, Nomad! Aber wenn ich Sie wäre, würde ich möglichst viel Munition mitnehmen! Wir haben keine Ahnung, was Sie da drin erwartet! Tarnfeld aktiviert! Maximale Stärke! Okay! Hier ist es eine Frage! Wie Guys! Wie ist die Doppelung? Wie ist das? Wie ist das hier? Das war's. Das war's. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. So was hab ich noch nie gesehen. Es ist dunkel. Kalt. Unglaublich kalt. Die Mauern sind unerthörlich. Genau wie die äußere Hölle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass ihr Jungs das seht. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Da bewegt sich was. Scheiße, das Ding, das Profit in der Stadt. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Was? Die Schwerkraft ist weg. Ich versuche mich mit den Boostern zu stabilisieren, aber... Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Verdammt, was zum Teufel war das? es ist als würde mich irgendeine strömung zurücktreiben muss gegen den strom ankämpfen tarnfeld aktiviert ich bin hier nicht allein maximale stärke tarnfeld aktiviert maximale stärke tarnfeld aktiviert maximale panzerung tarnfeld aktiviert die strömung wird stärker sie muss von diesen maschinen erzeugt werden mal sehen ob ich den strom abschalten kann tarnfeld aktiviert tarnfeld aktiviert tarnfeld aktiviert tarnfeld aktiviert tarnfeld aktiviert tarnfeld aktiviert Ok. Ok. Seht ihr Kuraz? Seht ihr Kuraz? Was ist das? Was ist denn das? Oh! Das ist auch wahr, jetzt ist es tot. Das ist ein Schirm. Das ist ein Schirm. Ich glaube, ich komme nicht so gut. Da komme ich, glaube ich, hier. Da. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Ich betrete jetzt deine große Kammer. Was ist das für? Maximale Stärke Tarnfeld aktiviert Maximale Stärke Tarnfeld aktiviert Energie kritisch Maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert Maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert Ich glaube sie verfolgen mich. Ich muss hier raus. Schnell. 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 Es sieht nach einem Ausgang aus, aber die Strömung treibt mich zurück. Hier muss irgendwo eine Energiequelle sein. Ist irgendwo da was aktiv. Da! Einer! Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Da ist wieder das Geräusch. Klingt, als würde hier gleich alles einstürzen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Da sind noch mehr von diesen Maschinen. Energie kritisch. Was zum Teufel geht hier vor? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. die Schrens. Stimale Panzerung. Mehr. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Die ersten Tore sind zeitgesteuert. Wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. So. So. Tarnfeld aktiviert. Was ist das? 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 Ich glaube ich bin... 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 Ja... 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 Ich bin... 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 ... ... Ich bin... ... ... ... ... ... ... Oh, das ist gut. Hier sind wir. Das ist gut. Ich bin nicht durchgekommen. Okay, nächstes durchbrochen. Jetzt muss ich gucken, ob ich da durchkomme. Sieht aber nicht so schlecht aus. Jetzt bin ich durch. Ich bin durch. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Verdammt, nur zum Teufel bin ich. Stargate lässt grüßen. Das war mein Höllenritt. 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 Das Level, oder dieser Abschnitt. Da bin ich rausgekommen glaube ich. Geht's da weiter? Das war mein Höllenritt. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Oh. Komm ich gar nicht durch? Ne. Da komm ich nicht durch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Das war mein Höllenritt. Also da ist was drin, was ich gebrauchen kann, weil die irgendwas gesammelt haben. Aktivieren oder die aktivieren. Dann fliege ich mal dahin zum Fenster. Ja, meine ganze Armada, diese Maschinen. Das ist ein Invasionsheer. Was zum Teufel? Hier geht's lang. Und hier geht's? Das war mein Höllenritt. Was ist das? Pernfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Öh. Tarnfeld aktiviert. 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 wo ist er? komm jetzt soll er auch da rumzuschießen wo haben wir es jetzt? ich will das Ding jetzt aufgemacht wird hier oder was? ja, ey, mach das Ding jetzt auf warte mal ne, geht immer noch nicht auf da unten sind jetzt alle vier an oh oh so so jetzt raus hier oh hart so so ich so ich so Vorsicht! Verdammt, ich bin getroffen! Maximale Panzerung. Nomads, Sie leben noch? Ja, Sir. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Was ist da oben los? Ich will einen verdammten Lagebericht! Würde ich Ihnen ja gerne geben, Major, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Egal, was es ist. Ich bin genau im Auge des Sturms. Der ganze Berg ist in einer Art Energiesphäre gehüllt. Wir müssen die Insel vollständig evakuieren. Roger. Ich habe den Kontakt mit einigen Marines in Ihrer Nähe verloren. Ich schicke Ihnen jetzt Ihre letzten bekannten Koordinaten. Sehen Sie sich da mal um? Mach ich, Sir. Aber ich bezweifle, dass diese Kälte jemand überlebt hat. Wir hatten am Fuß des Tals ein Evakuierungslager. Sollten Sie Überlebende finden, können wir sie von da aus fliegen. Oh, das ist alles. Wir werden nach der Osten ein Gewalt hatte. Ah, wissen Sie? Ähm. Aktiviert. ... ... ... ... Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. oh Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?